Der Schlüssel des Gebets ist die Reinheit. Der Eintritt in das Gebet ist der Takbir und der Austritt aus dem Gebet ist der Taslim. Und mit dem Taslim also beendet der Muslim sein Gebet. Dabei sagt der Muslim, Assalamu alaikum wa rahmatullah und schaut nach rechts auf die rechte Schulter und er dreht seinen Kopf auf die linke Seite, Assalamu alaikum wa rahmatullah und er schaut auf seine linke Schulter. Und es gibt hier verschiedene Wortlaute, die überliefert wurden. Einmal dieses, was allgemein bekannt ist, dann auch wurde die Art und Weise überliefert, dass man sagt, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh auf der rechten, Assalamu alaikum wa rahmatullah auf der linken. Also auf der rechten, mit dem Zusatz wa barakatuh. Eine weitere Überlieferung ist, dass wir sagen, Assalamu alaikum wa rahmatullah auf der rechten, auf der linken, Assalamu alaikum. Auch wieder hier auf der rechten Seite mehr. Und dann auch wieder auf der rechten Seite mehr. Vielen Dank.